Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Der ist mir auch passiv. Jetzt muss es aussteigen. Der Antidoter. Ja, ja. Hen? Hen? Willst du jemanden auf den Desktop schicken? Warum sagt der immer Modder- Warum sagt der immer Modder-Trash? Ich meine, er hat es nötig, über die Crew nachzujoinen. Moment, ich kann nur... Dieser Flexit ist Modder. Aber er geht immer davon aus, wir sind Modder. Ich weiß auch nicht warum. Der hat mich sogar reportisch wissen worden. Ja, Kick Antidot. Ja, machen wir gerade mal. Hen? Charlie? Kickt ihr auch? Antidot? Hm, ich bin nicht mit der Session drin. Dieser Flexi-Typ hat mich zu den Leuten abgefuckt. Wo ist Keks? Keks ist weg. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Keks ist weg, oder? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, was der ist. Das war's für heute. Jetzt hab ich den Jet im Schenke. Können Sie sich freuen. Ich schenke Ihnen die Q. Ich schenke Ihnen die Q aber nur, weil er mit uns nachgejoint ist. Wenn wir was anderes assorten können Sie ja nicht. Ich schenke Ihnen die Q. 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 Das war's. Ich hab das Spiel verlassen. Ich hab das Spiel verlassen, ich hab das Spiel verlassen, ich hab das Spiel verlassen. 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 Moments later. Ich hab das Spiel verlassen. Wer hat das Spiel verlassen? Wer hat den ihm die Orbi gegeben? Nee, war das ein Orbi? Ja, das war ein Orbi. Guck mal, und Instant Cops. Weißt du so, Digga? Ich hab das Spiel verlassen. 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 Und guck mal, und guck mal, und guck mal. Und guck mal, jetzt heiße ich genauso wie er. Und guck mal, jetzt heiße ich genauso wie er. Ich hab das Spiel verlassen. Ich hab das Spiel verlassen. Ich hab das Spiel verlassen. Und guck mal, und guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020